Musik Man kann es unschwer erkennen, wir sind jetzt hier am Stand von Ford Trucks Deutschland, um uns einmal über die Neuheiten im Bereich der schweren Fahrzeuge, der schweren LKW von Ford zu informieren. Und ja, ich glaube, irgendwo hier wartet auch schon Holger Hahn auf uns. Mal schauen. Ah, da ist er ja schon. Philipp, grüß dich. Holger, mein Lieber, grüß dich. Hi, schön dich zu sehen. Ganz meinerseits. Ihr habt wirklich einen schönen Stand hier, sehr auffällig. Vielen Dank. Ich habe hier ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich weiß noch, beim letzten Mal, als wir beide uns getroffen haben, da habe ich so ein bisschen großmäulig, großspurig gesagt, ich weiß nicht, ob Ford Trucks es auf dem doch sehr anspruchsvollen deutschen Markt schaffen wird, die großen Stückzahlen zu machen, wirklich zum Wettbewerber für die etablierten Marken zu werden. Und ich glaube, ich lag ziemlich falsch, wenn man sich jetzt die Marktanteile anguckt, die Ford hier in Deutschland macht. Das ist schon enorm. Und ja, ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Es tut mir leid. Du hattest recht. Du hast es damals schon vorhergesehen. Jetzt bin ich natürlich, jetzt muss ich natürlich wissen, Holger, wie konnte es so weit kommen? Wie habt ihr das geschafft? Ja, du musst dich überhaupt nicht entschuldigen, weil das ist natürlich ein Projekt, was auch nicht einfach zu stemmen ist. Aber wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung. Also das ist auf jeden Fall so. Und der Schlüssel zum Erfolg ist natürlich unser Netz. Und immer ist natürlich ganz klar, die Werkstattfrage ist die allerwichtigste. Wenn die nicht beantwortet werden kann, dann tut man sich auch schwer mit einem Produkt, was man dann verkauft. Und da ist es uns einfach gelungen, das Werkstattnetz und auch das Händlernetz ausgesprochen gut zu entwickeln. Wir haben jetzt 65 Partner. Da sind dann Partner dabei, die Verkauf und Service machen und andere, die eben Service machen. Und da sind wir sehr stolz drauf. Und ich habe hier die Karte und da kannst du sehen, also es gibt noch Lücken, aber es gibt schon auch eine sehr, sehr gute Abdeckung. Und das ist, denke ich, wirklich der Schlüssel zum Erfolg in Verbindung mit einem interessanten Produkt, mit einer guten Produktqualität und natürlich mit einer hochmotivierten Mannschaft bei uns intern, in der Zentrale und natürlich auch vor allen Dingen draußen. Ja, du hast es gerade schon gesagt. Ich denke, im Mittelpunkt steht das Produkt. Man braucht ein interessantes Produkt. Und ja, das habt ihr auf jeden Fall. Und an so einem Produkt stehen wir gerade schon. Was genau sehen wir hier im Hintergrund, Holger? Ja, also hier sehen wir jetzt einen Ford F-Max 500, eine 4x2-Sattelzugmaschine. Und das ist ein sogenanntes Comfort Plus Paket. Also du weißt ja, wir haben zwei Ausstattungspakete, Comfort Plus und Luxus. Und hier auf der Seite des Standes präsentieren wir halt Comfort Plus. Das ist eine vernünftig ausgestattete Fernverkehrs-Sattelzugmaschine. Und auf der anderen Seite des Standes haben wir dann nochmal was ganz Besonderes. Das ist eine Luxus-Ausführung mit einem ganz besonderen Innenraumkonzept. Und ich würde vorschlagen, das schauen wir uns mal an. Super, alles klar. Ich muss sagen, Holger sieht wirklich stark aus. Alleine den Türgriff jetzt hier bei euch, den kenne ich so von Ford Trucks noch nicht. Ist der neu? Ja genau, da gibt es ein ganz kleines Modellpflegepaket im Exterieur und auch im Interieur. Und hier ist jetzt einfach der Einstieggriff im Klavierlack. Ja, das ist natürlich wertiger, als es vorher war. Aber geh mal rein, also da wirst du dann noch mehr staunen. Gut. Ja, Holger, jetzt sitzen wir hier in der Kabine. Ich bin hier selber auch schon mal F-Max gefahren, das ein oder andere Mal. Ich muss sagen, Lenkrad, Armaturenbrett, die Staufächer und auch das Bett kommt mir bekannt vor, ist mir vertraut. Allerdings der ganze Rest, den kenne ich so überhaupt noch nicht. Das habe ich so in der Lkw-Kabine noch nie gesehen. Was hat es jetzt genau mit dieser Ausstattung auf sich? Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, einer der Erfolgsrezepte ist einfach, dass man die richtigen Partner hat. Und in unserem Netzwerk gibt es die Firma Dietrich, die dieses Konzept hier entwickelt hat für den F-Max. Das nennt sich Living und soll einfach den Arbeitsplatzfahrer und natürlich auch den Wohnraumfahrer deutlich aufwerten. Wir haben ein Konzept für einen alleinreisenden Fahrer mit einer Sitzgruppe. Man hat hier eine Mikrowelle, man hat ein Waschbecken. Man hat im Prinzip ein kleines Wohnmobil hier hineingepflanzt. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, wenn jemand im internationalen Fernverkehr unterwegs ist und hier drin lebt, dann braucht er eigentlich ein Living-Konzept. Ja, also jetzt bin ich natürlich neugierig geworden. Du hast gesagt, ihr habt die Ausstattung gemeinsam mit eurem Partner Dietrich entwickelt. Habt ihr denn jemanden von Dietrich hier, der mir nochmal ein bisschen so im Detail was zur Ausstattung sagen kann? Ja, selbstverständlich. Also wir haben ja einen gemeinsamen Stand. Die Partner sind auch hier. Also einige Stellen eben auch Vertriebsleute, die uns hier unterstützen beim Standdienst. Und du hast natürlich Glück, wie immer. Und der Joel von der Firma Dietrich ist eben auch anwesend und der kann das viel besser erklären als ich. Perfekt. Und den können wir dazu holen. Sehr gerne. Ja, Joel, schön, dass du jetzt hier bei uns im Fahrzeug bist, um uns mal so ein bisschen was zum Fahrzeug oder zur Ausstattung genau zu sagen. Der Holger Hahn hat es eben schon mal angedeutet. Wir haben hier in diesem Living-Cap-Konzept halt eine richtige, ja fast schon wohnmobilartige Ausstattung für den Fahrer. Kann man so sagen, ja. Was bietet ihr denn mit dieser Ausstattung dem Fahrer im Detail? Was genau ist alles drin? Ja, also mit unserer Living-Driver-Single-Cap im 4Trucks FMAX haben wir einfach eine Vielzahl an Fahrerkomfortaspekten, die wir einfach mit aufnehmen. Teils verbessern, teils aber auch einzigartig darstellen. Und ja, sind wir beispielsweise einer der Ersten, wenn nicht der Erste in dem Segment, der ein Waschbecken mit ins Fahrzeug bringt, einen zusätzlichen Komfort bietet durch eine Sitzecke, eine Sitzlounge, eine zusätzliche Mikrowelle, eine Kaffeemaschine. Der Standard-Aspekt Kühlschrank, Kühlbox ist natürlich auch enthalten. Und ja, wir einfach einen Wohlfühlfaktor bringen, der eben den alleinfahrenden Unternehmer bis zum Großspediteur mit seinem Fahrer natürlich in eine neue Lage, eine komfortable Lage versetzt auf der Straße. Und ja, wir einfach viele, viele Aspekte mit aufgreifen, die seitens der Unternehmen, seitens der Fahrer auf uns zugetragen wurden. Und ja, wir erfüllen kleine Wünsche, kann man so sagen, oder Träume teilweise bei den Fahrern, absolut. Also klar, du hast es gerade schon genau richtig gesagt. Ich denke, das ist wirklich ein Traum für jeden Fahrer, diese Ausstattung. Ja, sehr deutlich sogar. Klar, der Fahrer hat einen riesen Vorteil mit so einer Kabine. Das ist wirklich eine tolle Sache. Aber gibt es denn auch einen konkreten Mehrwert für den Spediteur, für den Transportunternehmer mit so einer Ausstattung? Ja, natürlich, ganz klar. Also das Thema Fahrermangel, Fahrerbindung demnach ist ein Riesenthema, wird immer bedeutender. So haben wir einfach neben der Individualität, die der Unternehmer seinem Fahrer oder auch sich selbst bietet, auch die Möglichkeit, das Ganze über die Diminimis-Förderprogramme im Land Deutschland zumindest aufzugreifen. Da also bis zu maximal 80 Prozent Summe dieses Umbaus, der entstehenden Kosten zu tragen. Und ja, also ich schaffe einfach einen Mehrwert, gebe dem Fahrer natürlich ein Stück zu Hause mit und danach einen sehr, sehr hohen Komfortgewinn mit. Wenn ein Kunde, ein Spediteur dieses Fahrzeugs so haben möchte, mit dieser Ausstattung, wo bekommt er die dann her? Muss er das bei euch direkt bestellen oder kann er das bei seinem 4Trucks-Service- und Händlerpartner direkt komplett als Fahrzeug so bestellen? Genau, also wir arbeiten Hand in Hand mit 4Trucks Deutschland, natürlich auch mit jedem anderen Vertriebspartner, so wie wir es selber auch sind. Das heißt, der Kunde geht her, bestellt es als, ich sag mal, Komplettpaket mit. Vom Ablauf her würde es dann so laufen, dass das Fahrzeug mit der gewohnten Ausstattung, mit dem gewohnten Komfort ab Werk kommt. Und ja, wir schaffen einfach in der nachträglichen Umarbeitung mit dem Einbau unserer Living Cap am Standort in Wänden bei uns selbst den zusätzlichen Komfort. Also ähnlich wie du es aus dem Bereich der standardisierten Nachrüstung bei Sonnenblenden, Scheibengittern, Seitenverkleidung, Zusatzbeleuchtung auch kennst. Und ja, wenn er bei uns fertig ist, übernimmt der Kunde also ein einsatzbereites, fertiges Fahrzeug inklusive aller standardisierten Umbauten bisher. Ja, genau. Ja, Holger, vielen Dank, dass du und auch der Joel Otto mir jetzt die Kabine wirklich so intensiv und genau erklärt habt. Wirklich sehr, sehr spannend. Was mir jetzt natürlich noch fehlt, ist mal eine kleine Probefahrt mit so einem Fahrzeug machen zu können. Vielleicht finden wir demnächst mal die Gelegenheit dazu. Dann kommt ihr wieder zu uns nach Grevenbroich und dann drehen wir doch mal ein Ründchen damit. Gerne, also mit dir immer eine kleine Runde drehen. Ich bin sofort dabei. Meine Visitenkarte hast du, ruf mich an, dann machen wir was aus. Perfekt, super, das klingt doch gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Holger, alles Gute, ciao.